Yo Leute, was geht? Und willkommen bei einem neuen Video. Yo Leute, heute machen wir die zweite Bottle Flip Challenge gegen Joker aka Tulululul, der Freshman auf YouTube. Der Freshman auf YouTube, aber egal. Dann noch einmal mit dem Ah, nice. Ah, nice. Und Franky. Jeder hat sein Kasch. Jeder was Besonderes von Franky. Ich hab dir gesagt, Bruder. Ich hab dir gesagt. Leute, wer als erster zehn gemacht hat, hat... Tschüss. Tschüss. Bis zehn? Die Verlierer, es gibt drei Verlierer, Jungs. Bis zehn? Die Verlierer, es gibt drei Verlierer, Jungs. Alle drei scheinen sich ins Tor. Wir sind drei Verlierer? Wir haben hier wieder. Doch, doch, doch. Hey, ey. Ein Verlierer, tschau. Der erste der zehn. Ein Verlierer, Bruder. Ein Verlierer. Wer als erster geschafft hat, dann müssen alle drei in den Tore. Was? Oh! Ich bin draußen, ich spiele immer mit. Nein, 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 nein. Ey, ein Verlierer. Das ist ein, das ist ein. Das ist ein, das ist ein. Ein, das ist ein. Ein, das ist ein. Das ist geil. Nee, das ist geil. Drei Verlierer? Wer als erstes das hier zehnmal geschafft hat. Was? Hieß zehnmal? Was? Hieß zehnmal? Mach fünfmal, fünfmal. Wir wollen ja nicht übernachten. Wer einmal geschafft hat. Wer als erstes das geschafft hat. Gibt's nicht. Wer das als erstes fünfmal hintereinander geschafft hat, hat gewonnen, dann kriegen die anderen drei die Bestrafung, Leute. Und wer getroffen hat, dann direkt noch einmal. Ja, okay. Oh! 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 Okay. Okay. Komm. 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 Machst du? Kurz für euch, das ist die Linie. Also von hier bis da. Ja, okay. Komm. Chis. Hahaha. Komm, komm. Komm! Nein, Alter! Komm! Komm! Ja! Komm! Frick! 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 Ich glaube, wir haben jetzt schon verloren. Ja, das wird abgelungen. Ich check die Technik nicht mal wirklich. Gar nicht mal, ja. Mach mal eher so oder mach mal eher? So. Mach einfach, mach einfach. Guck mal hier, guck mal hier. Der fängt an, ja, der fängt an, der fängt an! Der fängt an, der fängt an! Der fängt an! Ja! Der fängt an! Der fängt an! Der fängt an! Komm, komm! Holy Ghost! Holy Ghost! Zack, zack! Oh, hart! Ich bin nach Hause! Scheiße! Hier! Ich bin raus! Was wird hier los? Was ist los jetzt? Die ganze Zeit! Ernsthaft? Scheiße! Hä, warum geht das jetzt nicht? Guck mal, kaputt, wo die los geht. Scheiße! Machen! Knapp! 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 Geh mal weg! Du nährst mich die ganze Zeit, Mann! Kein Wunder, dass ich mich treffe! Geh mit Platz. Folg in Gpel! Oh shit! Dick it! Ahistand! Geh weg, geh weg, geh weg! Hä! I gott, mein Gott. Sie Du verlierst. Du schaffst es. Einmal reich. Komm, bitte abkühlen. Ich hab einen. Das schafft ihr jetzt locker. Schaff nicht, schaff nicht. Alle machen Auge. Ich bin so ungerade. Ich muss auch hier so. Handgelenkt, Bruder. Jetzt. Komm jetzt. Ich mach jetzt. Geh nach Hause. Baby, du liebst mich. Du weißt Bescheid. Danke. Heiz warm, Bruder. Flasche ist Flasche, Jo. Geh wieder weg, geh wieder weg. Den Wind hast du noch. Ich hab den Wind dabei. Voodoo, Digga. Den Wind. Hör auf, hör auf, hör auf. Bruder, fünfmal schaffen wir das? Wir können hier auch bei Nacht. Gib Platz, gib Platz. Mach mal Platz. Der braucht Platz. Der braucht Platz. Holigos. Jaaaa! Jaaaa! Hello. It's me, it's me. Das Großpreis, Bruder. Das Großpreis. Du, Wixler. Wir fahren in der Afrikasche. Wir fahren in der Afrikasche. Okay. 3-1. Ich hab einmal reis. Komm, meine Händerscheidrone. Komm. Ohhhh! 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 groệt! ... Ohhhh! Ohhhh! Du musst einfach nach Hause. Ja, schaffst du, schaffst du. Schaffst du endlich mehr uns? Du kriegst kein KFC. Oh mein Gott! Alle Augen auf meine KFC. Wenn du schaffst, KFC. Wenn du schaffst, KFC. Davor machst du aber nicht. Lass mich ruhig. 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 Lass mich ruhig an. Der Wind war da. Komm jetzt. Oh, Scheiße, Scheiße. Heldach, was ist mit dir los auf einmal, Digga? Nee, lass mich nicht laufen. Dann schaff es wieder. Oh. Einmal reicht. Oh mein Gott! Wär. Wir sind los! Wir sind los! Oh mein Gott! Rufe die Mama an! Rufe die Mama! Oh mein Gott! Komm! Oh mein Gott! Boa nicht mehr, Mann! Wie war ich mit dir? Wo ist meine Mama? Geh nach Hause. Ja! 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 Zwei hast du jetzt, ne? Zwei. Oh, bitte, nein. Ja, Mann! Ja! Was machst du dir? Was machst du dir? Ich brauche noch ein Saschen. Das hat alle auch da drauf gemacht. Ah! Ah! Ey, ruf mal Krankenwagen, bitte. Mal drei. Schick in Afrika zurück. Einmal reich. Einmal reich, Bro, ist egal, geht. Okay, drei, Leute, ich kann chillen, ja, ich kann chillen. Oh, ja, oh, ja. Massage, Massage erstmal. Pass mal, Massage mach! Massage, Massage. Ja, Massage gut. Ja, Massage hat sich gelohnt. Luca, du schaffst das schon. Egal. Hier, ne, nicht da, hier. Alter, du fährst sowieso. Okay, jetzt, die Hand ist zurück. Los, ja? Da haben wir gerade zurück. Nee! Leute, ich muss nach Hause. Du bist hier, bleib hier. Ich schwöre, ich fick dein Leben, dass du es schaffst. Ja, Mann! Ich wollte es so gesagt haben. Ich muss kommen. Komm doch. Ich muss kommen! Ich komm gleich, komm gleich. Hey, Chima! Was? Das nervt mich! Der macht Voodoo! Ich hoffe, du schaffst das. Der schaffst nicht. Du beide drei, ne? Nee, er hat drei, ich hab zwei. Ich hoffe, du schaffst das sogar. Ich glaube, Anais gewinnt. Heiz die Mauer, du! Er gewinnt mich. Anais hat jetzt. Ja, Mann. Keine Ahnung. Ja, schade. Was ist los heute? Nein, 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 nein. Einmal reich, ja? Nein, nein, nein. Wir wollen dir keine guten Gefühle geben jetzt, ja? Was los mit dir heute, ja? Halt mich, Mann! Der will nicht mehr. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Schade gesagt! Oh, 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 oh! Holyguss war das, Holyguss! Holyguss! Oh! Holy, ha? Holy, ha? Ich hab Holyguss gesagt! Ich hab Holyguss gesagt! Oh mein Gott, was war das? Ich hab Holyguss gesagt! Ich hab Holyguss gesagt! Komm mal zurück! Ich hab Holyguss gesagt! Ich hab Holyguss gesagt! Nein! 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 Einfach gewonnen. Oh! Oh, oh! Ich stehe vor, dass ich vielleicht fünf miteinander... Oh! 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 Jetzt! Oh! Oh! Boga, lass einfach gehen, Mann! Nee! Kessler möchtest ich akzeptieren... Ich muss alles schaffen, Mann! GOLDEN GOLD! Wer jetzt schafft, wer es schafft... Nein, nein! Krieg er nachher. Nein! Nein, nein, das ist auch fair! Wer zuerst schafft, krieg keinen Arschballer. Du hast es gemacht, ich mach das. Oh Gott, Gott, Gott! Bitte! Olegos, nicht auf deiner Seite. Ja, Leute, die ganze Zeit nicht getroffen, geworfen, keine Ahnung was. Und genau beim entscheidenden Wurf, Leute. Warte mal, nein! Oh, geil! Geil! Jetzt kommen wir erstmal zu der Bestrafung. Jauke, komm mal schön her. Und Franky, wo bist du? Wo ist Franky, ey? Ich bin schwarz. Uh, geil! Chill! Ah, nein, ich fick dein Leben! Ich los dich, ich los dich! Schweiler! Ja, ey Juka! Ja! 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 Ja, Mann! Ja! Scheiße! Perfekter Truck! Wie geht's euch? Scheiße! Wie geht's euch? Scheiße! Ey, der hat mich durchgenommen. Der Kleine. Geht ihr jetzt gut? Der ist 1-10. Geht ihr denn gut, Bruder? Das ist wichtig, Bruder? Ja! Dann leaven! Dann leaven! Da was dein Gehletcher. Franky, komm. Dann leaven. Naar! Hahaha! 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 Franky! Franky! Ah, du gel offest! Wow! Danke! Ah! Ha! Dann leaven Gereth! Hahaha! Der Angst ist da, ja? Yo Leute, was geht? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und schreibt mal in den Kommentaren rein, wer den besten Bottelflip gemacht hat. Ich hab den besten. Ich hab gewonnen, Leute. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Und Leute, unten in der Videobeschreibung habe ich den Kanal von I'm Nice verlinkt. Und von Joker, Tulululu aka The Freshest Mobfucker. Ah, nice. Und Leute, wenn ihr Bock auf eine weitere Bottelflip Challenge mit den Jungs habt, dann lasst es uns wissen. Schreibt es in den Kommentaren rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Und haut rein. Guckt mal Fenster. Guckt mal Fenster. Guckt mal Fenster. Guckt mal Fenster.